In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach deinen ersten ETF-Sparplan auf Scalable Capital einrichten kannst. Und um dir das Ganze besser zu veranschaulichen, springen wir jetzt direkt mal in mein persönliches Scalable Capital Depot rein. Und wenn wir einen ETF besparen möchten, den wir noch nicht im Portfolio haben, müssen wir natürlich zuerst einmal unten links auf das Finden-Symbol klicken. Dann haben wir die Möglichkeit, hier in der Suchleiste den Namen unseres ETFs, den wir suchen möchten, einzugeben. Zum Beispiel könnten wir hier den MSCI World ETF suchen und dann vielleicht nochmal auf ETF-Filter gehen. Und somit würden uns alle ETFs angezeigt werden, die MSCI World im Namen haben. Das heißt, wir sehen hier schon, dass wir den MSCI World Index von verschiedenen Anbietern haben, wie beispielsweise von Invesco, von iShares und X-Trackers. Und da könnten wir uns dann unseren ETF raussuchen, den wir besparen wollen. Ich würde allerdings vorher immer dazu raten, dass wenn man einen ETF-Sparplan einrichten möchte, dass man sich vorher besser damit auseinandersetzt oder ausführlich damit auseinandersetzt, in welchen ETF man investieren möchte, welche Investmentstrategie man haben möchte, ob man weltweit gestreut langfristig zum Beispiel investieren möchte. Und dann auf der Basis den richtigen ETF rauszusuchen und dann auch hier den Sparplan auf diesen ETF einrichten zu können. Denn dieses langfristige Investieren in ETFs ist sehr, sehr sinnvoll, meiner Meinung nach. Und da sollte man sich dann besser vorher ein paar Gedanken machen, welchen ETF man nimmt und den dann langfristig zu besparen, ohne weiter was zu ändern. Wir nehmen jetzt einfach mal den iShares ETF, also den iShares MSCI World und werden dann hier beispielsweise einfach mal einen Sparplan auf diesen ETF einrichten. Wenn wir auf den richtigen ETF geklickt haben, dann können wir hier weiter runter scrollen und sehen jetzt schon, jetzt Sparplan einrichten. Dort können wir ganz einfach drauf klicken und dann erstmal unsere Sparrate festlegen. Die Sparrate ist natürlich immer sehr individuell, die kannst du festlegen, wie du möchtest, von einem Euro bis 1000 Euro beispielsweise einfach mal, könnten wir jetzt hier 25 Euro eingeben. Wir würden jetzt beispielsweise für 25 Euro die Sparrate festlegen und dann auf weiter klicken. Hier haben wir dann noch alle möglichen weiteren Details, die wir hier festlegen können. Die Sparrate hatten wir bei 25 Euro festgelegt und jetzt könnten wir erstmal die Häufigkeit bestimmen. Wie oft wir dann möchten, dass der Sparplan ausgeführt wird. Beispielsweise könnten wir monatlich alle zwei Monate, quartalsweise alle sechs Monate oder auch nur jährlich beispielsweise diesen Sparplan ausführen lassen. Ich belasse es jetzt mal bei monatlich, weil es meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll ist, monatlich einen Sparplan auszuführen. Des Weiteren können wir uns dann das Datum in dem Monat noch aussuchen, in dem wir investieren möchten. Wir könnten hier beispielsweise zum 1., zum 4., zum 7., 10., 13., 16., 19., 22. oder 25. des Monats investieren. Das heißt dann beispielsweise jeden Monat in diesem Beispiel zum 4. Das hängt natürlich auch immer damit an, wie der Cashflow so ist, wie das Geld reinkommt. Beispielsweise wenn man zum 1. des Monats immer Gehalt bekommt, dann könnte man hier zum 4. des Monats ganz gut anwählen, damit das Gehalt auf dem Konto ist und dann die Lastschrift automatisch ausgeführt wird und das Geld quasi sofort investiert wird, bevor es ausgegeben werden kann. Dann könnten wir hier nochmal wieder zurückgehen und würden dann noch sehen, dass wir eine weitere Funktion haben, die ich persönlich sehr, sehr sinnvoll und sehr gut finde und zwar die Inflationsanpassung. Hier wird dann automatisch der Sparplan erhöht, beispielsweise um 2, 3, 5 oder 8 Prozent pro Jahr. Dann könnten wir hier mal draufklicken, wenn wir einen Inflationsausgleich hätten, dann würde unsere nächste Sparrate bei 25,04 Euro liegen und unsere Sparrate nach einem Jahr bei 25,48 Euro. Das heißt, der Sparplan wird hier immer minimal um die Inflationsrate, die wir hier festlegen, automatisch erhöht, sodass der reale Wert, zu dem wir investieren, immer gleich bleibt. Ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, der hier einen langfristigen Sparplan anrichten möchte, diesen Inflationsausgleich hier in Anspruch zu nehmen. Wenn wir hier beispielsweise dann draufklicken würden, müssten wir einfach nur auf Speichern und der Inflationsausgleich wäre schon aktiviert. Dann haben wir außerdem noch die Möglichkeit, die Zahlungsart zu ändern. Wir können hier einmal das Guthaben oder die Lastschrift wählen. Beim langfristigen Investieren in ETFs würde ich hier auch immer die Lastschrift empfehlen, weil es einfach einfacher ist. Dann wird automatisch vom Konto Geld eingezogen und investiert. Und wenn wir nun alle unsere Parameter festgelegt haben, zu denen wir in den ETF investieren möchten, müssen wir einfach nur noch auf Sparplan aktivieren klicken. Und würden dann sehen, dass unser Sparplan eingerichtet ist. Und wenn wir jetzt auf unseren Broker unten links gehen, dann sehen wir auch schon angezeigt, dass wir den iShares MSCI World als Sparplan im Portfolio haben und hier monatlich für 25 Euro investieren würden. Ich hoffe, du konntest sehen, wie einfach du auf Scalable Capital schon deinen ersten Sparplan einrichten kannst. Und wenn du selber noch keinen Sparplan eingerichtet hast oder noch nicht in ETFs investierst, dann schau sehr, sehr gerne mal in meine Videobeschreibung. Wenn du dich über einen dieser Links bei Scalable Capital anmelden würdest, würdest du meinen Kanal extrem unterstützen. Selber allerdings keinen Cent mehr bezahlen. Und du könntest schon sehr, sehr zeitnah deinen ersten Sparplan in ein ETF einrichten.